Das, was du hier siehst, ist ein entscheidendes Bild und das verrät uns einiges darüber, was in den nächsten Wochen und Monaten und vor allem auch über die US-Wahl passiert. Denn, wie wir wissen, wurde ein Attentat auf Trump verübt und ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen können, die Chancen, dass er wirklich Präsident wird, die sind um einiges gestiegen und der Aktienmarkt hat ebenfalls darauf reagiert. Und es ist extrem interessant, was dort gerade passiert, denn wir können sehr viele Dinge ableiten, wissen, welche Aktien jetzt demnächst besser performen und welche nicht mehr so gut performen werden. Ich werde ein ganz klares Fazit abgeben, wie ich mich jetzt orientiere, welche Sektoren, welche Aktien ich mir anschaue und das wollen wir jetzt in diesem Video erarbeiten. Also, beginnen wir doch erstmal damit, dass wir uns anschauen, ja, was ist denn überhaupt damals, als Donald Trump Präsident geworden ist? Was ist da passiert? Und generell schauen wir uns hier den S&P 500, den gesamten amerikanischen Markt an. Ich habe das hier mal markiert, das ist der Montag, der Markt hat hier freundlicher eröffnet. Aber, wenn wir uns die Tage danach ansehen, ja, dann ist es extrem nach oben gegangen. 13 bis 14 Prozent von Anfang November bis zum März hinein, ja. Also, eine gute Rallye über den Jahreswechsel nach der Präsidentschaftswahl. Auch die ersten Tage sind sehr bullisch gelaufen hier, ja, bis zum Dezember innerhalb von einem Monat gab es schon 8 Prozent. Und wenn wir hier mal weiter schauen, dann sehen wir eben die Historie bis zum Peak im Januar 2018 36 Prozent. Das war die sogenannte Trump Rallye. Das heißt, wir können schon mal festhalten, der gesamte Markt, der freut sich scheinbar, wenn ein Republikaner namens Trump gewählt wird, wovon wir nach aktuellem Kenntnisstand, würde ich sagen, ausgehen können. Und jetzt interessiert uns natürlich, können wir das auch auf die aktuelle Lage projizieren? Und dafür wollen wir uns mal die Sektoren anschauen. Und da sehen wir, das ist jetzt ein Ein-Wochen-Zeitraum, da sehen wir aktuell eine Verschiebung von Wachstum, Tech, hin zu Old Economy Werten und Werten, die mehr Value-Bestandteil haben. Also, Grow wird Geld abgezogen, Value, da wird Geld hingeschoben. Und warum das so ist, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Allerdings sieht man hier in dieser Übersicht schon mal sehr gut, ja, man kann sagen, das hier ist der Technologiebereich beispielsweise, der relativ rot ist, gerade auch mit Microsoft, mit Apple, mit den großen Größen, auch einer Nvidia, die extrem abgegeben hat, in einem Ein-Wochen-Vergleich. Wir hatten zwei Phänomene, es wurden ja einmal die Inflationszahlen gemeldet und zum anderen hatten wir eben dieses Attentat eben auf Trump. Beides spielt hier ein bisschen rein, aber wir können sehr gut ableiten, was passiert in dieser ersten Reaktion, nachdem die Wahrscheinlichkeit für Trump-Präsidentschaft eben größer geworden ist und was wird dann wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen, Wochen passieren und auch nach den Präsidentschaftswahlen. Das heißt, wir sehen schon mal die großen Werte, die so viel zugelegt haben, ja, da geht es erst mal nicht weiter so gesehen, ja. Auch aus den anderen Bereichen, aus dem Communications-Bereich, die großen Werte wie Google oder so, oder der zyklische Bereich, Amazon, da sieht es entsprechend nicht so gut aus. Und man kann diese Map, die wir hier sehen auf Finviz, relativ gut teilen. Wenn man hier so einen Querstrich mal durchmacht, kann man ganz grob sagen, alles, was hier in diesem Bereich ist, das ist mehr Value behaftet, das hier ist mehr Wachstums behaftet, ja. Das heißt, dass wir sehen, dass der untere Bereich hier, der untere rechte Bereich, viel mehr grün ist, als der obere linke Bereich. Große Tech-Werte geben ab, die vielen kleinen Werte, die lange, lange, auch in den letzten Monaten, wirklich auf sich warten lassen haben, in den letzten Jahren hätte ich fast gesagt, die scheinen hier gerade gut zu kommen. Wir sehen zum Beispiel hier eine Walmart, eine Coca-Cola, die aus dem Basiskonsum-Güterbereich gut aussieht. Wir sehen aus dem Healthcare-Bereich, eine United Health, ja, eine sehr, sehr stabile Aktie, die eine ordentliche Rendite von 10% gemacht hat, ja. Auch der Energiebereich, sehr interessant, ja, da werden wir gleich auch nochmal sehen, dass das der Bereich ist, wo wir auch Augenmerk drauf haben sollten, ja. Eine ExxonMobil oder eine Chevron, die hier relativ gut im Plus sind. Das heißt, ganz klare Tendenz, Grow, wird Geld abgezogen und es geht zu Value hin. Und wenn wir uns mal ansehen, die Sektoren im Vergleich, das sieht jetzt ein bisschen wie aus, dann sehen wir genau das gleiche Bild. Ich habe das Ganze mal so skaliert, dass wir jetzt genau von dem Zeitpunkt quasi, wo das Attentat war, na, ich glaube, ich muss noch ein bisschen weiter nach hinten gehen, ja, bis heute hier reinschauen und dann sehen wir zunächst mal einen ganz großen Verlierer. Und dieser große Verlierer, das ist tatsächlich der XLK, das ist der Tech-Sektor. Das heißt, mit Tech ist es richtig stark nach unten gegangen. Hat natürlich auch die Gründe, dass Trump beispielsweise, ja, auch gegenüber China, Taiwan und so weiter, dass da natürlich befürchtet wird, dass da Strafzöne eingeführt werden, ja, dass da das Konfliktpotenzial weiter erhöht wird und deswegen der Tech-Sektor, Chip-Sektor gerade hier entsprechend nicht so gut reagiert. Und auf der anderen Seite sehen wir, was sind denn so die größten Gewinner-Sektoren? Das ist zum Beispiel der Basiskonsum-Gütersektor, ja, der hier am besten abgeschnitten hat. Das ist zum Beispiel ein Energiesektor. Das ist auch beispielsweise hier, da sehen wir der Immobilien-Sektor. Also gerade diese Finanzwerte und die Basiswerte, ja, diese klassischen Value-Titel, ja, die sich, wie gesagt, in den letzten Wochen schwergetan haben, die kommen jetzt hier gerade, ja, die feiern scheinbar, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Trump-Präsidentschaft größer geworden ist. Also haben wir damit schon mal das erste Indiz, dass eben gerade Energie, Finance und so weiter, dass das eben die starken Sektoren sind und das, was die Rallye geprägt hat, das, was den S&P 500 zuletzt so gezogen hat, nämlich diese Wachstumswerte, tatsächlich diese Story nicht so stark feiern. Bedeutet das jetzt, dass man irgendwo den Nasdaq shorten sollte und dass man dann komplett bärisch auf diese Titel sein sollte? Damit wäre ich vorsichtig, denn wir haben ja gesehen, auch bei der Trump-Rallye, wo Trump gewählt worden ist, wo im Vorfeld gänzlich nicht klar war, dass Trump eben Präsident wird, damals gegen Hillary Clinton im Wahlkampf, dass dort eben der gesamte S&P 500 gut performt hat und da waren maßgeblich auch die Tech-Unternehmen für verantwortlich. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter noch in die Analyse rein, nämlich ich möchte dir Folgendes noch zeigen, dass vor allem auch der Nebenwerteindex der USA in letzter Zeit extrem gestiegen ist, ja. Du siehst hier, wie der unangespitzt nach oben wirklich gerammt worden ist, ja. Der hat hier zwischenzeitlich um 12% zugelegt vom 10.07. bis zum 17.07. Damit hatten auch die Inflationsdaten, hatte das vor allem zum Grund, die besser ausgefallen sind, aber eben dann auch nochmal dieses, ich nenne es mal Trump-Event, ja, wie auch immer. So, und wenn wir insgesamt mal da drauf schauen, dann sehen wir, das ist wirklich eine Kerzenformation, die fällt auf, ja. Das heißt, wir haben hier eine extreme Verschiebung hin zu auch diesen ganz kleinen Werten, die wir gar nicht großartig erfassen. Und das ist natürlich gut für die gesamtheitliche Wirtschaft in den USA, dass eben diese kleinen Werte hier eben gestützt werden. Die haben jetzt auch wieder ein bisschen abgegeben in den letzten Tagen, aber generell hier fließt das Geld hin. Alles in allem kann man also sagen, ja, gerade die kleineren Werte scheinen hier zu profitieren. Jetzt kommen wir mal dazu, wie ich mich auch positioniere. Meine ganz klare Meinung ist jetzt, dass diese Trump-Präsidentschaft, da muss schon einiges kommen, glaube ich, damit das nicht in Erfüllung geht, ja. Ich gehe da drauf, dass Trump da wirklich Präsident wird. Und ich denke, die Börse hat hier auch noch ein gewisses Nachziehpotenzial, was diese Werte angeht. Wir werden gleich nochmal sehen, was die stärksten Gewinner waren, damals auch als Trump gewählt worden ist. Und ich denke, genau diese Bereiche sind jetzt besonders interessant. Ich werde gerade bei den Tech-Positionen vielleicht mal die eine oder andere Position reduzieren und werde dafür mehr in Value investieren. Ich habe ohnehin in den letzten Monaten auch durch den Optionshandel, durch neue Short-Puts und so weiter teilweise Einbuchen erfahren in diesem Bereich. Und diese lasse ich natürlich laufen, ja. Diese ganzen Value-Werte. Finanz ist normalerweise jetzt nicht so mein Sektor, bei dem ich mich so zu Hause fühle. Aber gerade Industrie, Basismaterial, ja. Der XRP, also der Basiskonsum-Güter-Bereich, ja. Das sind so die Bereiche, denke ich, die hier noch weiterhin auch Potenzial haben. Ja. Man muss ja auch ein bisschen daran denken, okay, was die Regierung Trump dann auch supporten will. Ja. Und wenn wir zum Beispiel auch an Energie denken, dann ist es natürlich so, dass er erneuerbare Energien nicht wirklich so supportet, wie das vielleicht auch noch bei beiden war, sondern eben wirklich auf diese Old Economy geht, ja. Auf diese Ölkonzerne, ja. Hin zum klassischen Stile wieder, dass auch mehr im Land geholt werden soll, ja. Und das wird diese Unternehmen, denke ich, auch ordentlich stützen. Und jetzt schauen wir mal da drauf, welche Unternehmen da wirklich am besten waren, auch damals nach 2016, als er gewählt worden ist. Und dafür werde ich, da, 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 muss ich mal kurz raussuchen, das mal kurz aufrufen, genau. Hier was. So, und da sehen wir eben hier nochmal 2016, November, wo er eben gewählt worden ist. Und danach sehen wir hier die ganzen verschiedenen Sektoren. Das sieht extrem wie aus, ja. Aber wir wollen mal den Sektor uns anschauen, der hier extrem raussticht, dieser hellblaue. Und du siehst, wie das hier abgeht, wie eine Rakete, kurz nach der Wahl. Und das war der Finanzsektor. Entschuldigung. Der Finanzsektor hat also extrem davon profitiert. Lange danach kommt dann erst der Platz 2, ja. 28% damals der Finanzsektor. Und dann kommt erst der nächste Sektor mit 14% Performance in diesem Bewertungszeitraum. Und das ist Industrie. Industrie, also auch eher, das ist überhaupt kein Tech, sondern das ist auch eher die Old Economy Value Sparte, kann man sagen. Und dann kommt Basic Materials. Das würde ich auch ähnlich einordnen, ja. Und dann haben wir erst die Referenz des S&P 500s. Und tatsächlich sehr schlecht performt hat damals zum Beispiel der Immobiliensektor, der ja jetzt ganz gut performt hat. Ja, und dann die weiteren Sektoren, die wir hier sehen. Also gerade die Finanzsektor, der Finanzsektor, der Industriesektor und auch der Basic Material Sektor. Und da schauen wir uns doch mal an, welche Aktien könnte man denn da aus diesen Bereichen wählen, wenn man genau darauf eben gehen möchte. Und da gibt es ja die wunderbare Seite hier von Spider, dem Sektor ETF, diese Seite. Und da sehen wir eben die verschiedenen Sektoren, die ich gerade auch gezeigt habe. Und da können wir dann einfach entsprechend mal die Sektoren auswählen, ja. Und ich habe hier schon in einem anderen Tab den Finance-Bereich zum Beispiel ausgewählt. Und da sehen wir hier nach Gewichtung, was sind denn die größten Aktien, die man sich da mal aus diesem Bereich anschauen sollte, meines Erachtens, ja. Berkshire Hathaway, die nehme ich jetzt mal raus, weil das in gewisser Weise ein kleiner ETF ist, ja. Ja, mag ich nicht so ganz von der Konstruktion dieser Aktie. Wir haben dann die klassische Bankaktie, JP Morgan, aber auch natürlich die Kreditkarten Visa, Mastercard, dann wieder die Bank of America, Wells Fargo, also die ganzen großen Banken hier letztendlich vertreten, ja. Und der Bankensektor, da kann man sich auf jeden Fall mal die Aktien anschauen. Und auf der anderen Seite haben wir auch den Industriesektor gesehen, wo ich selber jetzt gerade auch am Schauen bin, okay, welche Aktien kommen denn da gut in Frage. Ich werde dir auch speziell eine Aktie nennen, wo ich drauf setze. Das ist zum Beispiel GE hier, Caterpillar und so weiter, ja. Und die Aktie, die ich meinte, ist diese Union Pacific Corporation. Denn für mich ist immer wichtig, dass die Aktie nicht einfach nur aus einem solchen, aus einer kleinen Auswertung heraus gekauft wird, sondern diese Aktie, die ich dann kaufe, wo ich dann Vorteile sehe, wie ich hier zum Beispiel im Video zeige, dass diese Aktie dann auch langfristig zusätzlich noch gut performt, ja. Mir reicht nicht immer nur ein Argument auf meiner Seite, sondern ich möchte das nur mit soliden Aktien machen, wo ich auch sagen kann, okay, hier trage ich auch die Story länger mit, weil die Fundamentaldaten gut sind, ja, weil ich diese Aktie, weil die auch vom QuickCheck her, also vom langfristigen Trend und so weiter gut aussieht, weil es eine gute Qualität ist und so weiter und so fort. Ja, wenn du wissen willst, wie das Ganze funktioniert, wie man so einen Analyseprozess für sich richtig aufbaut, dann kann ich dir nun einen Hinweis geben, schau dir mal unsere 14-Tage-Börsenausbildung an, die komplett kostenfrei ist, ja. Da erkläre ich dir komplett diesen Prozess, ja, von den Basics hin bis zur Umsetzung und zeige dir genau, wie du das für dich umsetzen kannst, ja. Einfach hier mal den Link anklicken und dann kannst du dir das Ganze, oder hier oben, wo es verlinkt ist, dann kannst du dir das Ganze komplett kostenlos für 14 Tage ansehen. So, schauen wir uns die Union Pacific doch mal an, ja. Wie hat die jetzt bisher reagiert? Wenn wir da mal drauf schauen, UNP, das Tickersymbol, dann sehen wir also hier auch eine starke Reaktion, vor allem mit den niedrigeren Inflationsdaten, die gemeldet worden sind, aber eben auch in dieser Woche, am Montag und am Dienstag, ja, sehen wir extrem bullische Kerzen. Allein an diesen beiden Tagen, also nach diesem Attentat, hat die Aktie um über 5% zugelegt. Und das ist viel bei einer solchen soliden Aktie, ja. Also hier, das sind genau diese Werte, wo ich jetzt hier gerade drauf schaue, ja. Das ist eine Aktie, die ich hier gerade beobachte, wo ich auch schon einen Options-Trade drauf gemacht habe in dieser laufenden Woche. Das Video kommt jetzt am Sonntag, wir haben uns heute Samstag, also morgen wird es hochgeladen. Also das, da orientiere ich mich so entsprechend im Moment. So, du siehst also, ja, man kann solche Ideen sehr, sehr gut entwickeln und dann letztendlich auch auf entsprechende Aktien kommen. So wie ich das mache, das möchte ich vielleicht nochmal betonen, ist, dass ich selber immer meine eigene Watchlist habe, ja. Und schaue dann, welche Sektoren wie gerade Vorteile bringen, ja, ob ich da gute Chancen sehe. Und es ist einfach wahnsinnig gut, wenn du Situationen hast, wo du mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen kannst, okay, da kommt jetzt der und der Sektor, wird voraussichtlich in Zukunft gut performen. Das haben wir in diesem Video gemacht. Und pass das dann noch mit der fundamentalen Idee von Aktien, wo du sowieso langfristig einsteigen möchtest. Ja, genau das ist das Prinzip, welchem ich nachgehe beim normalen Aktienhandel. Und wenn du da sagst, hey, das möchtest du auch machen, und du möchtest da auch mal einen richtigen Plan für dich erstellen, möchtest das richtig auslesen können, dann lade ich natürlich auch herzlich ein zu einem kostenfreien Erstgespräch. Das kannst du da oben einfach buchen. Und dann schauen wir, wo stehst du, wo möchtest du genau hin. Und dann schauen wir mal, ob du dann auch in unsere Börsenausbildung kommst und demnächst auch erfolgreich in Aktien investierst. Ich wünsche dir ansonsten alles Gute. Ich hoffe, dieses Video hat dich weitergebracht. Ansonsten, ja, bis dahin, dein Sebastian Legrand. Ciao.